Also wer wirklich der Meinung ist, er hat es verdient, was er an Erfolg hat, der lügt. Da zitiere ich mal Felix Lobrecht in seinem wunderbaren Podcast mit Matze Hilscher. Der hat relativ klar gesagt, naja, erfolgreiche Leute, so simpel wie es ist, machen zwei Sachen. Die sind sehr, 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 sehr fleißig. Egal wo, egal was, die sind immer sehr, sehr fleißig. Die machen einfach ganz schön viel und die arbeiten ganz schön hart. Und zweitens haben sie Glück gehabt irgendwann. Alle. Und da kannst du erzählen, was du willst. Wer das nicht sagt, der sagt, also wer wirklich der Meinung ist, er hat es verdient, was er an Erfolg hat, der lügt. Schlusspunkt, dann ist fertig. Es ist hauptsächlich Glück. Egal was, egal wo, egal wie. Jeder Sportler, mit dem ich gearbeitet habe, sagt dir nach drei Bier auch so, Alter, natürlich hatte ich ultra Glück, dass der und der irgendwann dann und dann. Natürlich kommt dann zum Glück Talent und dann wird eine Weltkarriere daraus. Aber ohne das Glück hast du keine Chance.